Das hier ist Video Nummer 100. Vor 100 Tagen habe ich damit angefangen, jeden Tag ein neues Video hochzuladen. Gerade bin ich auf der Reise durch den Südwesten, damit geht es auch weiter, versprochen. Aber weil das eben heute so eine runde Zahl ist, wollte ich mir mal kurz einen Moment nehmen, das zu würdigen. Vielen Dank, dass ihr diese Videos schaut, dass ihr die liked und kommentiert. Das freut mich wirklich sehr. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne hier drunter in die Kommentare und dann werde ich in den kommenden Wochen mir mal ein bisschen Zeit nehmen, darauf einzugehen. Morgen gibt es dann hier Video 101 und die Mission steht weiter, die 365 Tage voll zu machen.